so geht es mal wieder wird stolz auf einen erneuten versuch diese wird irgendwo hierhin die typen haben das zu einer festung ausgebaut allein komme ich dann halt den nächsten versuch ich schleiche mich in ihr netzwerk und dann wenn wir einen blick hineinwerfen dass die posten immer gut der hierhin habe ich gestern mit einer kleinen gesehen mann das ist ja so mann den wixern wenn ich was erzählen das zeige ich dir Ah, ne. Gut, dass du es nicht gesehen hast. So, ich halte nicht viel von Scharfschützen. Lass uns das nächste dran. Oh! Oh! Keine Ahnung, was du da anstatt. Oh, er kann jetzt den N-Piers ausrichten. Jo, alles frisch! Was läuft, Bro? Okay, wo sie, passt. Die Helme schützen ja auch nicht von der doppelläufigen Schlinte. Ich war hier, Saraki, Nachjafte. Ich hab alles gesehen. Der Spinner rannte völlig nackt hinter ihn her. Scheiße. Das hat er von den Soldaten in Liberia. Zieh ohne Kleidung in den Kampf und zeig deinen Feinden. Du hast keine Angst. Na klar. Na klar, Roman. Na, lauf weiter. Schönen. Oh, jetzt kann ich selber aufwachen. Oh! Oh! Das kann ich selber aufwachen! Oh! Wie war das denn? Oh, keinen Fall! Oh! 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 Ah, da noch tot. Ich würde das machen, sondern wenn der andere sozusagen hierher kommt. Verläutigt. Wenn der wieder zurückkommt, dann fällt es... Und dann hier ist das dann nochmal sozusagen hin. Ah, wieder hin. Kampfsportler. Was zum Teufel war das? Was ist das? Tut das denn auf ihr Phone, oder? Das war kein Alarm von dir. CTOS Das ist jetzt TÜR-Determinant aktiv. Die TÜR-Determinant sind schon lustig. Ich weiß, dass der durch an sich... Erstmal gespielt habe ich nicht kaum Verwendetöler. Ah ne, jetzt kommen die beiden zusammen. Es ist keine gute Position, jetzt einer von uns zu schulden. Der andere muss gehen. Der andere muss verschwinden. Nicht durch nur springen oder durchtrüben, ich habe zu sterben. Nein, da nicht. Ja, da kommt ihr vorbei. Bei der Technikulation stirbt. Hey, warte. Ich glaube, wenn der... Nacht hier nach, bitte. Ich will nochmal... Ah! Ohne Alarm? Ich könnte ja noch einen anschalten oder was? Ich habe die Größenheit davon ausgeschaltet. Auch nicht alle. Verdammt, da wird es nicht mehr mit Stealth. Ich weiß nicht. Doch. Du löst den Fall hier nicht mehr. Na, Sniper? Hast du mich da sehen? Das ist doch ein Problem, dass du mich nicht mehr siehst. Das ist schon ein Alarm, oder? Du hast nichts zu sehen. Halt los, die Augen offen! Du hast nichts zu sehen. 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 So. Jetzt ist Ruhe. Keine Überraschungen mehr. Du hast nichts zu sehen. Das nächste Security Terminal derentiert. Du hast nichts zu sehen. Ich habe mich leider noch geschickt. Wie viele? Zwei Leute! Zwei Leute! Da hat das Sinn wie Plein im Kopf. So, das war's. Das wird eine Weile dauern. Auf keinen Fall! Nein! Wir stecken in der Scheiße, Kaz! Ah! Oh, was ist das? Das habe ich wohl gemacht. Das ist das letzte. Der CTOS-Turm, der hier drin gefehlt hat. Der CTOS-Turm, der hier drin gefehlt hat. Der CTOS-Turm, der hier drin gefehlt hat. Oder fliegen sie? Oh ne, ich töte sie lieber mit meinem Granatspläufer. Ja, wir sind verbunden. Jetzt kannst du einen Blick nach Rossi Fremont werfen. Danke. Du warst der große Weg. Hey, einem Abenteuer kann ich nicht widerstehen. Dann sind wir also fertig? Nein, ich fange gerade erst an. Ich muss da rein. Ein paar Antworten finden. Und meine Schwester. Und sobald du deine Antworten hast, was dann? Dann finde ich raus, wer dahinter steckt. Und sorge dafür, dass sie bezahlen. Jeder einzelne, der mit Linas Tod zu tun hat. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay, ich sehe dich dann. So, Mission beendet. Okay, ich bin da. Okay. Hier, wir haben mich hier. Okay. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Du weißt, woher hast du diese Nummer? Du bist dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast mir eine scheiß Angst eingejagt beim ersten Mal. Dazu, ich hab da was, was dich vielleicht interessieren könnte. Ich hab herausgefunden, dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte heißen? Ich hab da was mitgehört. Die verkaufen das zeugistenweise undercover. Warte, sowas hab ich mal gesehen. Findest du die Quelle? Ja, genau. Aber nachsehen musst du selbst. Nur eine Sache. Du erwähnst mich in deinem Manifest. Ich habe gar kein Manifest. Das kommt noch. Mehrere Twisten wurden in der Stadt zurückgelassen. Mehr dieser Kisten, die in dieser neunischen Kisten hält, herstellt Tools. Und in der Nähe befindet sich jeweils ein verworfener Audio-Log. Finden Sie alle neun Kisten. Und um diese spezielle Mission freizustellen, um übrigens der geheimen Hintergrund zu erfahren. In Ihrem Forschungsradius können Sie jederzeit sehen, wie weit wie viele Kisten Sie bereits gewonnen haben. Und das meine ich mit diesen speziellen Missionen. Aber so, ich glaube, wir können ihn noch nicht alle finden, weil wir halt hier hinten im Radius-Bereich immer noch fehlen, weil da gleich auch ein paar waren. Aber okay. Wo müssen wir denn hin? Ah. Wir sind ins Rett. Dann möchten die da mal die Schnellreise dahin. In den Fizzern-Gang. Ich weiß nicht, was hier los ist, wenn das überhaupt ein Problem wird. So, Bomben gefangen rein. Ausfragen, wie viel ich fand. Ich fange raus hier. Holy. Holy. Bist du fertig? Du hast, was du brauchst? Soweit schon, ja. Okay, hör mal. Ich verstehe, wenn du Angst hast. Ich hab keine Angst. Keiner bat, mich zu bleiben. Gut, aber niemand bat, dich zu gehen. Da musst du dir mehr Mühe geben. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich brauche deine Hilfe. Wie ein Team? Klar, wie ein Team. Du arbeitest nicht gern ein Team. Nein, tue ich nicht. War das so schwer? Nein. Dann mal los. Okay. Also los, dann mal rein. Vielleicht finden wir was. Sicher, dass die IP da ist? Sie ist da, in den oberen Etagen. Wie kommen wir da hin? Wir nutzen die Kameras. Sieh dir das an. Sie haben den ganzen Ort verkabelt. Das sind keine einfachen Gang-Mitglieder. Sie sind die Zelle bewaffnet. Das ist eine Festung. Wird nicht leichter reinzukommen. Das ist eine Festung. Ich bin mir da. Das ist eine Festung. So, auf zwei noch runter. Das machen wir noch um den Pfadern, wenn wir noch auf ne Pause, wenn wir 25 voll aufnehmen. Das hast du schon mal gemacht. Ich geb nichts zu. Was machst du denn mit dem Fahrstuhl? Machst du den Fahrstuhl kaputt oder was? Du weißt genau, wovon ich rede! Verdammt das Arschgesicht! Du bist doch der Einträger hier! Also hör dich auf mit diesem Scheiß! Verdammt! Hast du den Verstand hier? Du Ficker! Ja, I'm going to keep in my mouth shut. Just try to know what I know. I want to do the right thing, but I got to think about all the people in here. Du bist die Pfad, du sollst, okay? Ah! So. 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 Mann, ich heiße was, kann man das ja dronatworten? Wir sind immer schneller als jedes Gesetz, wie Irak sagt, immer anpassen, das ist der Schlüssel. Okay, war fast. Das war ein Bordeturm, auf die Wiede. Was machst du da? Was ist der Schlüssel weg, hallo? Da ist doch nicht. Da ist sie. Wetter ab von der Audiolog. Dann küss ich ja, dass ihr die Kameras der Position getappt. Hey Mann, das ist alles so ein Missgeschäft, ist okay? Mein Rekord! Komm mal, komm mal! Komm mal, komm mal! Komm mal, komm mal! Komm mal, komm mal, komm mal! Komm mal! Hier lebten wirklich Menschen? Und sie starben auch. Oder ist diese Person? Komm mal, komm mal! Ja... Wieso halten hier so viele Leute wache? Nein, das ist meins. Alles da drüben gehört hier. Also bitte, schick dich! Da. Die IP-Adresse kommt aus diesem Raum. Da ist ein Kartenleser dran. Scheiße. Der Schlüssel ist in seiner Marke. Hör zu, dir hat keiner was geklaut, Junge. Hol deinen Boss ans Telefon. Das wird einen Moment dauern. Dann nimm dir den Moment. Bad Buck, schwing deinen Arsch hier rein. Mann, ich sagte doch, du sollst das wieder zurückbringen. Doch, nur dass du... Der Scheiß bringt's nicht. Weißt du noch Grandma's Bulldog? Die hässliche kleine Tülle? Bad Hood! Hey! Der kam immer angerannt, wenn man ihn gerufen hat. Aber er hat auch immer überall hingepisst. Äh, verstehst du mich? Ja. Nein, tust du mich. Hör zu. Du verdürfst mir das Geschäft. Und was glaubst du, was wichtiger ist? Zwischen dir und ihr Business. Mr. Quinn ist jetzt dran. Business. Boah, fast in a way. Nein. Nein. Ich überließe Ihnen meine Waren und die Security. Und zum Dank, stellen Sie meine Gästeliste. Ich lasse mich nicht ausboten. George, so ging das nicht ab. Ich glaube, Sie müssen verstehen. Wir haben eine geschäftliche Kooperation. Ihre Gäste sind meine Gäste. Hören Sie, wir besprechen das alles bei der Auktion. Schleien Sie kein Iltis, Mr. Arak. Wo ich herkomme, haben wir die Viecher abgeknallt. Der verdammte Hampel, man kann mir mal die Eier kraulen. Und was für Wittnis ein Iltis? Das ist ein Wiesel. Das wird mich schon durch. Und? Wiesel. Das ist recht. Das ist gut. Das ist ein Wiesel. Was liebte Mal нужен. Wir태bin. Ja. Verdammt, ich bin i Their Farb. Verdammt, ich bin i their own im They're out. Verdammt. Das ist tark ein Bezzię. Dworld Wir ripbereitmachen. Und da der docker K BILL ist. Ja. Wir haben die Bereite. Ich weiß nicht, wie du in die Anlage kommen willst. Erst recht nicht zu diesem Raum. Selbst die Sicherheitsschlösser an den Türen sind verschlüsselt. Dieser Fettsack, Bad Bug, der wird für mich da reingehen. Einfach so? Und warum sollte er das tun? Ich wette, ihn trennt nur ein Fehler von einer Kugel im Kopf. Und wenn er den Fehler macht, werde ich es aufnehmen. Geht nichts über Erpressung, um jemanden umzudrehen. Was ist das? Spur von der IP-Adresse. Haben wir uns Blotdruck? Ein bisschen wehend. Ah, ne, ist du uns hier oder? Ich glaube gleich, oder? Haben wir schon das Ziel, oder? Und da haben wir das Video. Lass es versuchen. Oh! Na ja, jetzt habe ich jetzt darauf, dass ich meine Trashsteiner kenne. Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Wo müssen wir jetzt hin? Aber diese Frage beantworten wir uns wohl in der nächsten Aufnahme von Watch Dogs. Ah, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!